Hier spricht die neue Giesinger Bürgerin. Ich bin hier kürzlich hingezogen nach Obergiesingen und finde auch dieses Kleinod sehr schön am Giesinger Bahnhof. Das ist so kulturell und für mich auch eine gute Rückzugsmöglichkeit. Und ich grüße die anderen lieben Leute, die auch in den Stadt da gehen und den mögen, zum Beispiel den Harald, den grüße ich ganz herzlich. Und ja, ich finde es toll, dass man hier öffentlich sprechen kann. So eine Sprechsäule soll es öfter geben, da kann man vielleicht miteinander reden und sich vernetzen. Und der Platz ist auch zum Teil ganz schön. Mehr Sitzmöglichkeiten sollte es geben und einen Springbrunn, weil Wasser so schön beruhigend ist. Einen schönen Tag noch allen. Tschüss.